Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Hügel rein, willkommen zu einem Wettbewerb. Haltet doch mal Zeit. Seid ihr noch? Ah, ich hab's wohl noch genug. Ha, 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 ha. Ich hab's gelernt. So. So, der Anteffekt. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ja, das ist so selb. Ich hab's noch ein bisschen angenommen. Und dann gucken wir uns an, dass wir uns ankommen. Dann sind wir gleich wieder da. So. Ähm, was wird das dann? Ich muss mal kurz rauskannen. Ok, was aufmachen zu mir, nochmal vorbei? Äh, wo ist das denn? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Wie geht das da? Wie geht das denn? Wie geht das Dec some? Nie, ihr seht ja glücklich den Hinterfang, oder? Ja. Ja. Ich könnt das mal so machen, hier. Ja, kurz kurz dainten Somewhere, ist das so ein bisschen zu pantalla. Ja... Du hast keine Zeit Deine Werbung. Überspringen. Suche die Abbildung, Suche die Abbildung, Suche eine Abbildung. Da. Hier habe ich einfach nur sie auf meinem Bildschirm. So, genau. So, wenn ich mal Zeit habe, ich brauche. Seht ihr das dann? Upsat. Los gemacht. So, fangen wir mal abtacken. Und dann fangen wir mal gerade weg. Dann fangen wir mal an. Na. Joa. Ähm. Und dann fangen wir mal an. Aber was soll ich denn am Tag gibt es ein Windspiel? Start ca. 20.15 Uhr. Soll ich jetzt weiß ich schon. Am Tag gibt es ein Windspiel für einen Schlittchen. Ich werde aber noch kaum. Da sollte ich noch ein Problem machen. Auch mehrfach so. Ja. Weil da habe ich halt auch für euch kein Verlagsgeschenk dazu hin. Gigs Großes, was Kleines. Also wirklich nicht. Ich denke mir jetzt zwei gegen drei Spiele oder irgendwas. Was ganz Kleines. Gigs Großes. So ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir an euch. Und viel los also. Klinken. Rechts fahren. Hoi. So, wieder rechts drüber. Perfekt. Da kommt ein Auto. Moin moin. So, jetzt geht es jetzt in den Tempo. Von 80,000 kmh. Ich höre es mal. So. So. Warten wir mal an. Warten wir mal an. Warten wir mal an. Wollen wir es mal kurz zeigen. Können wir es mal an. Können wir es ja machen. Oh, ein Bild. Na, schön. Na, so. Ich bin ein bisschen wieder bei sich. 36 Prozent. Ja, wir müssen ja das Feld abwerfen, wir sind ja das Tier. Ach so, der ist noch, ach so. Ah, ein Kipsattel. Oh, ich muss zwar über die... So, zurück. Also, ich kann nicht mehr vorlesen, aber ich muss lernen, das Past Perfect geht zum Past, also das Present geht zum Past, Past geht zum Past Perfect, Present Perfect wird zu Past Perfect, Past Perfect wird Past Perfect, Will plus Future wird zu Will plus Infinitiv, und Going to Future wird zu Warswear, Going to und Infinitiv. Also ganz viel Englisch, ich hab keinen Plan von Englisch, ich mag Englisch gar nicht. So, ich hab keinen Plan von Englisch, ich hab keine Plastik, ich hab noch nicht mehr zu sagen. So, ich hab keinen Plan von Englisch, wo ich mich nicht mehr zu machen kann. So, ich hab keinen Plan von Englisch gar nicht mehr zu sehen. Dann geht's weiter. So, wir suchen uns den Wald. Genau. Wir bringen jetzt Dünger drauf auf das Feld. So, düngen. Ich bin das ganze Feld und gehört nicht wie eine Ecke. So. Wir gehen mal kurz reiten. Dünn ist nur Sache, die mag ich gar nicht. So. 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 Hopsa. Ähm. Dreimal zum Beispiel an da oben. Jetzt müssen wir den wieder mal reiten. So können wir das noch gucken. Hops. 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 Chor mal kurz. Links blockieren. Und. Zurück. 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 Und. Aussehen. So, ich lasse den Klassuschen nicht direkt drin. Vor ganzem Tage lässt mich gleich anfangen. Jetzt kann es gerade meinen auf den Arsch begeben. Ist das ein Mann oder eine Frau? Hm, keine Ahnung. Dann kann der Fahrrad dann trotzdem eine Klassuschen bekommen. Das ist wohl noch ein bisschen nervig teilweise. Du weißt, wieso es nicht funktioniert. Mal wächst es, mal wächst es nicht. So. Er bleibt hier. Ich komme schneller als du. Ja komm, jetzt vor, 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 vor. Gib Gas. Komm. Oh shit ey. Mal drehen. Oh, jetzt lass doch mal abladen. Ja, das muss ich selber. Ja, muss mal ausladen. Mach mal so, ja mach mal richtig gut das Ding. Ja. 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 Mal anschalten. Auch mal anschalten. Zurückfahren und mal anschalten. Anschalten. Ja. Ich kann sogar 5 reinnehmen, aber mir macht die Hilfe dafür. Geht's auch nicht da 5 reinnehmen, okay. Mal so, mal so. So ein bisschen weiter ist. So wäre er erstmal da hoch. So, alles. Ich kann gar nicht gucken, ob ich da ein Band aufmachen kann. Dann kannst du dann drauf gucken, aber der Band ist das hier nämlich. Ähm. Jetzt zeige ich euch nicht den Namen. Jetzt zeige ich euch nicht den Namen. Jetzt kann ich das letzte Mal wohl. Egal. So, das ist ein schönes Pännchen. Genau. Ich lade hier echt schön. Das kostet ja die Parzelle hier. Mal gucken, was die Parzelle kostet. Mal gucken. Hier. Manchmal sind die Prazellen hier. Die kann ich nicht kaufen. Ja, wenn wir da für die Prazelle? Das ist aber auch nicht vorher. Das würde es werden, aber... Oh, die sind ja sehr geritten. Guck, die hat sich im Dritten übrigens. Ach, er hat 41%. Da muss ich noch putzen. 16.000, das ist fertig. Ja, ja. Ach so, genau. Die machen wir noch mehr von uns. Ich habe das eine Filme aufgenommen. Wir haben 18.18 Uhr. Okay, nächstes Mal etwas essen. Vielleicht noch ein bisschen lernen. Oder lernen geht es halt nicht viel bei mir. Also ich muss halt... Lernen muss ich nicht so viel, aber dass wir praktisch noch was lernen würden. Können wir zumindest... Present to past. Past to perfect. Present perfect to past perfect. Past perfect to past perfect. Will future to what an infinitiv. Going to future. Or elsewhere. Going to an infinitiv. Wo ist das komplette? Hubs. Nicht viel schöner als Englisch. An, dass wir das reiten. So, hops. Hubs. Capi. Case cappy. Hebs, hebs. Putzen. Ab zu dem Wien. So. Putzen. Hat geschaut. Ich hab jetzt den Kumpel. 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 Hallo. Ich fliehe rüber. Danke. Nein. So. Endlich hab ich's geschafft. Ich bin so gegen. Nahrung. Pass. Ganz gut. Denk ich ihn auch. Und dann. So. Case. Ich hab voll viel Unkrautgefälle. Ja, das ist auch nicht einfach mal. Ich hab nochmal Unkrautgefälle. Ich fahre noch mal eben drüber holen. Vielleicht hab ich den Kumpel. Ja. Dann hab ich den Kumpel hier. Und wieder. Let's get started. We are on the way. We are learning English. Let's go away. Hey. So. 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 mal da weiter holen vielleicht auch mal ein dick weg weg nehmen das hat ja auch nichts erwert das muss man so abladen hochfahren, drehen, das geht ganz gut, einmal einsteigen, einsteigen, so, wir können jetzt das ist gut gegangen, lassen ihn auffüllen, das ist halt gut von mir nachher, wenn er das rauskaufen, Upsa, Lapsa, Modella, alles gut, die Maschine, ich hab's nicht richtig aufzufahren, also mit linken Bremsen hin und zu füllen, die Beruhung rein, der Hinterflüderblick, und keiner guter Körnerung, so, als wir rum, pfeil drauf, machen die Maschine an, pfeil die Bahn rein, senken die ab, geben Gas, so, den Hafen, Helfer, lass ihn machen, so, wieder jetzt zum Koffel, äh, ich hab den Koffel, ja klar, den Dünger auf, so, aufladen bitte, aufladen bitte, aufladen bitte, aufladen bitte, aufladen bitte, so, antrappeln, so, ich hab noch keinen Beitrag, durchzukommen, ui, passt, so, antrappeln, noch mal zwei händler fahren links an 5 ganz schön ist er gar 2 kann er da liegen bei sich dann kann er uns dran sitzen ja jetzt nochmal dann jens genau das ist jens jens ist das genau der jens jens der händler jens schneider der händler mann genau so ist jens schneider immer meine künikologe und maniküre an dieser forstbetrieb ich ja eventuell einstecken man wollte wegen weg machen muss ich eh keine zeit haben weil ich so und so viel auftreten habe mach ich das auch konfiguration pflegebereitung und kürz gut dankeschön jens jetzt glaube ich, dass er das gemacht hat ich glaube, dass er alle dabei hat stopp sind stopp sind upzi dann ist er frei perfekt wir können rausfahren so not rust Singapore arm kiesa bach da go 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 ", go 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 So, wir stehen, dann spielen wir das nächste Rüge, wir schauen uns auf den Weg wieder, macht euch bis zum nächsten Mal und tschau tschau.